Aujourd'hui, im Rahmen der Découverte des Lofages-Journeys-Decouverts-De-Lambres-Damien-Journey-Decouverts-De-Lambres-Damien-Journey-Energie-Baden-Württemberg hat sich entschieden, am Deutsch-Französischen Entdeckungstag teilzunehmen, denn tatsächlich die deutsch-französische Freundschaft ist für uns sehr, sehr wichtig. Hier am Standort betreiben wir das Kraftwerk zusammen mit der EDF schon seit über 40 Jahren. Ein Entdeckungstag ist in der Organisation eigentlich ganz einfach. Wir bieten Besichtigungen an für Schulklassen, die kann man im Internet buchen. Die Mise in Place d'une Journée, elle se fait en amont avec Lofage, die contacte les établissements scolaires, en diffusant les entreprises qui sont prêtes à accueillir, on fixe une date. L'accueil se fait sur site, sur une demi-journée. Si j'ai une recommandation à faire aux entreprises qui n'ont encore jamais suivi le programme, c'est allez-y. Jedes Unternehmen sollte seine Türen für Jugendliche öffnen, denn die Jugendlichen kommen hier eben auch mit Berufsbildern in Kontakt, mit denen sie sich noch nicht beschäftigt haben und vielleicht schaffen wir es, bei dem einen oder anderen eben auch Interessen zu wecken. Der Entdeckungstag kann anderen Schülern meiner Meinung nach sehr viel bringen, da man gerade unentschlossene Schüler, dass die sich dann ein Bild darüber machen können, was für Berufe hier ausgebildet werden. Je n'ai jamais visité d'entreprise auparavant, du coup c'est une première. C'est incroyable de voir ce qu'ils font. Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, nutzen Sie die Chance. Der Entdeckungstag ist eine einmalige Gelegenheit, um junge Talente kennenzulernen und für sich und ihr Unternehmen zu gewinnen. Es ist gleichzeitig auch eine gute Gelegenheit, die Sprache des Partners kennenzulernen. Wir machen uns über ein paar Nationen. Vielen Dank.